Jo Leute und herzlich willkommen zu der nächsten Folge bei Let's Front mit Mio. Hi. Okay, ich geh rauf. Alles klar, Digga. Ich bin auch da rauf. Und wir sind ziemlich am Arsch. Ich hoffe, das Schläge jetzt nicht mehr. Das wäre so belastend. Äh, einen haben wir eine Omas gewartet. Okay, jetzt kann ich bauen. Also diese Folge werden wir jetzt erst mal nur auf Dias gehen. Und Gold und so Stuff halt. Ja. Dann würde ich sagen, nächste Folge gehen wir hoch. Machen da ein bisschen Faxen. Ja. Keine Faxe. So, du meintest, ich sag mir jetzt noch einen Eimer machen. Ich lass die Melonen noch ein bisschen wachsen. Okay. So, jetzt gehen wir wieder runter. Am besten ist es, wenn wir genau in die andere Richtung bauen. Das wäre eigentlich die Melonen noch schlauer. Ich weiß gar nicht, welche Höhe wir sind. Ich bin gerade Höhe 13. Ich bin Höhe 8, achso, ich geh auch nicht zu. Geh mal auf Höhe 11, so ein Zwitter. Ich auch. So, wir können jetzt die Koordinaten sowieso zeigen, weil wir es vorproduzieren. Ja. Was ist das denn? Ist das eine Wurdu oder sie? Irgendwie kann ich es gar nicht fassen, was wir wieder aufnehmen. Nee. Das Ding ist, ich habe nur 5 Herz und kann ich regenerieren. Das ist ein bisschen belastend. Wenn du meinen Namen siehst, dann komm mal her, ich habe einen Lohn für dich. Ich versuche mal zu diesem Zombie-Spawn-Navigator zu kommen. Boah, da weiß ich gar nicht mehr, wo das ist. Ich sag die Koordinate, okay? Warte mal kurz. 1092, 669. Chill. Kann auch sein nicht so schlimm, weil ich habe hier gerade keine Höhle oder so. Achja, bau dann aber noch bitte. Mit noch Eisen ab, ne? Ja. Ist mir auch richtig. Dein Schwert ist kaputt. Moin. Oh, jetzt ist hier ja Keyes, alter. Fremdäumeln, Nacken. Okay, keiner ist auf dem Server. Es passt soweit und... Ja. Ich hoffe, dass wir heute ein paar Dias finden. Das wird sowas von geil, Mann. Ich höre ganz viel Lava um mich herum, aber ich sehe halt wirklich gar nichts. Du musst immer sneaken beim Abbauen und so, ne? Ja, ist gut. Auch den safesten, den du machen kannst. Falls mal jemand sich gerade fragt, wie soll ich so weird baue, ich mache es einfach. Ja, macht halt einfach, ne? Siehs... Hm. Siehs mit Gold. Guck mal, ob ich für Dias finden, am besten der schon direkt. Dias, wir brauchen auf jeden Fall full Dias, das wäre einfach... Digga, bei mir war gerade ein Sommi, ne? So viel auskalt, ne, alter. Ja, Moin. Ich brauche mal gleich unbedingt Schwerdart. Ja, mach dir direkt eins. Ja, chill immer noch. Alles easy. Ich hab wirklich nichts mehr zu essen. Oh, ich hab einen Spawner gefunden. Noch einen. Oder war das der... Ah, hier waren wir schon. Dann war das der andere Spawner. Wir hatten ja viele Spawner gefunden. Wir hatten also einen, da ist ja unsere Base, die ist das. Da muss ich jetzt mal ein Eisen. Achso stimmt, ich hab aber gar kein Eisen mehr. Oder muss los? Okay, jetzt bin ich wieder... Ja. Okay, ach ich danke. Ich bin jetzt gerade wieder im Meme Schacht, aber... Okay. Ich hab's da gleich unbedingt mein Inventarort, ne, das geht mir so auf den Geist. Hier ist Creeper. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da ist so nicht in der Schu... Oh, wie ist das? Da oben ist ein Sklepp, einen verzauberten Bogen. Ach, leider nix geglaubt. Bestellbar so, der hätte so eine Unendlichkeit oder so. Alter, das wäre ziemlich krank. Ist Unendlichkeit erlaubt? Ja, alles außer halt Angeln und so. Okay, genau. Und nur Tränke, die halt... also Heilung halt. Hm. Ich frag mich, wie weit die anderen eigentlich sind, ey. Ich hab vorhin eine Folge geguckt von irgendwelchen anderen, sag ich das auch nicht von wem. Die haben voll viele Dias gefunden. Das heißt, wir müssen jetzt auch welche finden. Unbedingt, ja. Ich will nix mit unken DIA-Rüstungsteile rausgehens, ja. Ja, guck mal, wir haben da schon vier Stück, ne. Ja. Ein Eisenbus-Panzer wäre schon lecker. Ja. Jo, und lassen wir schon... Mons. Redstone ab Level. Ich hab schon 17. Ab 16 Level wird das ja ein bisschen schwerer mit dem Level fahren. Chip 21. Ja, moin. Wie viele Millionen hast du eigentlich? Ich hab momentan 11. Äh, die wachsen halt noch. Aber die brauchen halt ziemlich lange. Ist auch normal. Die hast du... oh mein Gott, hab ich mich grad erschreckt. Nice. Äh, äh, also ich seh grad nur zwei. Drei. Vier. Vier. Vier Stück, ich weiß. Also einen Hanisch haben wir schon mal drin. Mhm. Fünf. Sechs. Sieben. Ach, der Quell ist immer... Geil, Digga. Eins. Zwei. Drei. Vier. Sieben. Sieben. Fass. Zehn, die was hab ich jetzt? Du hast zehn, ich hab... ich hab zwei, okay. Ja. Wie viele hast du? Zehn, ne? Digga, was für ein scheiß Glück muss man bitte haben. Hab ich ja eh mobs, aber ebel viele. Dann geh ich aber nicht hin und sterb ich. Ja, versuch mal langsam wieder zu mir zu kommen. Dann geh ich mir immer noch Minuten dran. Das Varo-Zentifer geht schneller als, keine Ahnung. Ja. Wenn man richtig drin ist, dann ist die Zeit so die Minuten, die Sekunden so. Ja. Digga, wir haben jetzt schon zwölf Dears noch. Richtig sick. Ja, und dann noch das geile ist und dann noch 2 zwischen. Ja. Ja. Wie's geil das wär. Ja. 2 brauchen wir auf jeden Fall noch. Stimmt. Ja, das hab ich grad auch erst mit Wiener in meinen Kopf gekriegt. Das war vergessen. Ich hätt nämlich jetzt nicht ja sonst... Also ich hätt sonst gesagt, ja wir machen... Mann, Alter. Wir machen uns dann Schuhe und die Brust haben. Das wär dumm. Ja, voll. Gehen wir eigentlich auf Full Dears? Ha, safe. Okay. So, ich hör hier nur 1000 Mobs, aber irgendwie keine Dears. Aber die sind irgendwie über mir. Kannst du vielleicht gleich mal irgendwie zu mir kommen oder so? Guck mal, ich kann gleich nicht mal schwinden. Versuch mal zu mir zu kommen. 1115 und 656. Okay, ist gar nicht so weit weg. Okay. Versuch einfach. Und wenn du da halt schon ein Spawner sitzt mit Fuckin' Nein, lauf einfach die Treppe hoch. Und da ist dann Synth Melon. Und ich bin ja momentan noch mit Chunk drin. Das heißt, dass die Leute schon gewachsen sind. Ich hab ne Hülle gefunden. Okay. Ah, Dias! Uhu! Nice. Absolut Barbar. Wir sehen mal wie wir sind. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Digger. Ich hab neun Stücke jetzt. Digger, wir können uns... Ich hab neun Stücke jetzt. Digger, wir können uns... Warte mal neun Stücke. Ah ne, das wär nicht. Aber zwei brauchen wir eh noch, ne? Das hast du nicht vergessen. Ja. Deswegen, ja. Du gehst noch Gold. Wenn du Gold siehst, wirklich immer mitnehmen. Ja. Das ist jetzt so. Und wenn du keinen mehr hast. Boah! Bin fast in Lava gefallen. Ich wär jetzt gestorben sonst. Gucken wir das jetzt nicht an, ja. Oh mein Gott. Diesmal lass ich dich alleine, Kappa. Alter, wenn das passiert, ne? Ich will nehmen. Dich vielleicht nicht. Gucken wir das erstmal wieder her. Ja. Naja. Okay, ne. Es wird sich hier ein bisschen zu bunt. Du müsstest echt zu mir kommen, weil ich hab hier ja schon ne Höhle gefunden, ne? Wo wir noch nicht waren. Ja, aber hier ist der Spawner und unser ganzes Tor. Okay, ich hab jetzt noch 5 Minuten. Ja, vielleicht kannst du hier. Kannst du nochmal deine Kordis sagen? Okay, ich frag dich meine Kordis. Ähm, 1078, 660. Okay. Ich kann einfach nicht mehr sprinten. 1078, 660. Okay. 1078, 660. 1078, 660. Ja, bitte. Brauchen wir eine Schallplatte? Ne, ich glaub nicht. So, erstmal den ganzen Stuff entsorgen. Hier ist ein Zombie, Digga. Hier sind Zombie-Spawner. Hier sind Zombie-Spawner. Okay. Da ist ja der Name. Du musst halt oben auch machen. Naja, ist ja nicht schlimm. Da ist ja auch noch diese Base von uns. Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Wo ich vielleicht auch um mich herum nahe war. Ja, ich hab auch Wasser und alles andere. Alle bist gleich da. Ah, hier. Komm her. Ähm, ja. Vielleicht kannst du mir auch mehr geben. 2 Minuten haben wir noch. Ich würd sagen, jetzt brauchen wir uns noch oben. Ne, noch nicht. Noch nicht? Also wie viele Dias hast du jetzt? 10. 10, das ist 9. 19. Ach, 16. Also können wir uns beide eine Diablo-Postplatte machen. Äh, nein. Digga, 2 Dias für links. Ja, reicht doch trotzdem. Wieso, wir haben noch 19. Na ja. Das ist doch Sturm. Mathe 1. Ne, ich war grad voll übernimm andere Gedanken, man. Komm jetzt erstmal hoch. Dann machen wir uns welche. Ah, jo. Äh, und dann gib mir mal bitte dein ganzes Gold und deine ganzen Smaragde, sodass, äh, wir müssen Platz sparen für unser Inventar. Und dann noch die Melonenkerne. Ein bisschen Koppelst du in die rein, was ich brauche. Ich kann auch hier direkt eigentlich das Gold braten. Boah, Alter, wie viel Eis ist das? Gib mir mal dein, äh, dein Gold. Smaragde. Und Melonenkerne. Liegt hinter dir. Okay. Hast du Federn oder so? Mhm. Hast du Feuerstein oder Pfeile? Nope. Ah, ich hab Pfeile. Ich hab 7 Pfeile. Ich hab 7 Pfeile. So. So. 40 Eisen habe ich. 41 Gold Bahne. Mhm. Ich kümmere mich dann um das ganze Gold, et cetera, ja. Ah, jo. Also auch ein Gold dafür, wie ist das? Ähm, wir können ja noch gleich Keys suchen. Oder wir können es auch später machen. Mhm. Wir haben sogar, wir haben sogar 19 Keys in der Dingens. Ja. Okay, drop, drop, drop mir mal schnell deine Dias, dann mache ich die mal eben. Warte. Ich regenerier jetzt auch wieder. Alles, ja? Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Da übel dein Mann. Ach, 16 Zimmer. Ja, pass. Aber wir müssen uns die Cordies ausschreiben von dem Zombie-Spawner hier, ne? Mhm. Das ist eigentlich übelgutig, dass wir den hier haben. Okay, hier. Ich, ich, ich ziehe den Brustpanzer noch nicht an. Er ist, wenn er verzaubert ist. Ja, ich kann, dass es ja kaputt geht. Oh, okay. Scheiße. Okay, wir haben jetzt noch 50 Sekunden. Ich versuche noch, ähm, Feuerstein zu kriegen. Okay. Immer mit, äh, Spielsack erbauen. Das ist wahrscheinlich etwas höher. Ja. Aha, da ist noch einer. Noch einer. Noch einer. Noch einer. Ja. 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 Sehr gut, Leute. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei mir auch vorbei. Ebenfalls. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschau. Tschau.